Es gibt zwei Gelegenheiten, bei denen Psychopathen und Narzissten am äußersten Ende des Spektrums lügen. Entweder sie wollen etwas haben, oder sie wollen etwas vertuschen. In beiden Fällen lügen sie nicht nur, indem sie Dinge sagen, die möglicherweise nicht ganz stimmen. Sie lassen wichtige Fakten weg. Sie verstellen sich bis zu dem Grad, dass sie vorgeben, jemand anderes zu sein. Dazu gehören auch gefälschte Lebensläufe. Ein völliges Verstellen ihres Charakters und ein Vorspielen von Gefühlen, die konträrer nicht sein könnten. Es kann vorkommen, dass ein Narzisst, der über Jahrzehnte zum Beispiel ein Familienmitglied aus der Familie gegrault hat, indem er es hintenrum misshandelt, sadistisch angegangen, entwertet, gedemütigt und Schmierenkampagnen ihm gegenüber aufgefahren hat, gleichzeitig über all die Jahre mit Dingen beschenkt, die es nie wollte hat und ihm flehendliche Briefe geschrieben hat, die er anschließend in Kopie aufbewahrt hat, jawohl, über Jahrzehnte, mit dem Plan, diese Briefe und die Quittungen der Geschenke später als Beweis vorzulegen, falls man ihm dahinter kommt, dass er diesen Menschen bewusst über eine so lange Zeitstrecke als Schrottplatz benutzt hat und zum Beispiel aus der Familie vergrault hat. Und all dies nicht nur, um seine Boshaftigkeiten zu vertuschen. Nein, er will auch noch als großzügig, hilfsbereit, liebevoll, ehrlich und lauter durchgehen. Sie fahren Betrügereien im ganz großen Stil und gehen dabei in einer Weise planvoll, kalkuliert und berechnend vor, dass es wirklich atemberaubend ist, wenn man es durchschaut. Es kann ein Kind unterschlagen werden, für das man eigentlich Unterhalt zu zahlen hat. Es wird verschwiegen, dass man am Alkohol hängt. Es wird einfach nicht gesagt, dass man hoch verschuldet ist und das, wo man gerade geheiratet hat. Und bei all dem scheren Sie sich nicht drei Sekunden um die Gefühle all der Personen, die Sie dabei betrügen und deren Leben Sie nicht selten ruinieren. Es juckt Sie einfach nicht, wenn andere dabei zugrunde gehen, wenn Sie Ihre Mogeleien und Betrügereien nicht selten über Jahre oder Jahrzehnte durchziehen. Das ist vielleicht nicht ganz richtig. Ich entschuldige mich. Manchmal macht es Ihnen sogar große Freude, jemanden zugrunde zu richten und das langsam und stetig. Und wenn man Sie zur Rede stellt, weil man Ihnen doch einmal dahinter gekommen ist, können Sätze kommen wie Ich weiß wirklich nicht, was Du hast. Wieso machst Du bloß so ein Theater? Ich habe einfach nicht gedacht, dass das wichtig ist. Reg Dich doch nicht so auf. Sie wollen einen selbst dann für doof verkaufen, wenn Sie bis zur Oberlippe im Schlamm stecken und ein Sich-Raus-Reden wirklich nicht möglich ist. Und wenn gar nichts mehr geht, kann es passieren, dass Sie wieder lügen, indem nur die halbe Wahrheit ausgespuckt wird. Kannst Du mir mal erklären, wieso ich seit fünf Jahren ehe nichts von diesem unterhaltspflichtigen Kind weiß? Dann kann ein Satz in etwa so folgen. Ich dachte schon, dass ich Dir von Sandra erzählt hätte. Vielleicht erinnerst Du Dich nur nicht? Und hier ist noch eine hübsche Mischung aus Lügen und Gaslighting. Ein Narzisst kann sich einfach plötzlich nicht mehr erinnern. Er hat dann eine Spontanamnesie. Was? Das soll ich gesagt haben? Ich kann mich beim besten Willen nicht an so einen Satz erinnern. Ich kann so etwas auch gar nicht gesagt haben, weil ich so nicht denke. Sorry, Schatz. Warst Du schon einmal Lügen eines Narzissten ausgesetzt? Schreibe es mir bitte unter das Video. Ich bin sehr gespannt auf Deinen Kommentar. Das Problem für uns im Umgang mit solchen Lügenbaronen ist, dass wir, wenn wir über zu lange Zeit solchen Verdrehungen ausgesetzt sind, nicht selten dazu neigen, ihnen mehr zu glauben als uns. Und nach einigen Jahrzehnten hast Du Dich womöglich aufgegeben und aufgehört, um Deine Wahrheit zu kämpfen. Die Lösung des Problems ist hier, bitte sei nicht im Kopf. Vertraue auf Dein Bauchgefühl und Deine Wahrnehmung und äußere Dein Misstrauen als auch die konkreten Fakten, die sich hier in Schieflage befinden. Und lasse nicht davon ab, wobei ich an dieser Stelle natürlich wieder mit meinem Lieblingstipp um die Ecke komme, der da heißt Kontaktabbruch. Das ist eigentlich ab dem Moment angesagt, wo Du siehst, dass Du es mit einem pathologischen Lügner zu tun hast. Denn wenn Du das jetzt nicht tust, wird Dein Alltag so aussehen, dass Du irgendwann völlig verstummst, während der Narzisst Dich mit seinem falschen Leben überrollt. Und Narzissten kennen kein Ich glaube, ich bin zu weit gegangen. Sie sind so größenwahnsinnig und so machtgeil, dass jedes Mal, wenn sie jemanden überrollt haben, eine Art Rausch eintritt, weil sie gewonnen haben und jetzt wird der Hunger nach dem nächsten Gewinn nur noch extremer. Jedes Mal, wenn sie Dich überrollt haben, ermutigt und ermuntert sie das, weiterzumachen, bis sie Dich annektiert haben. Flüchte, wenn Du kannst, und zwar schnell und leise. Es geht sonst bis zum Nimmerleinstag so weiter und mit Dir geht es immer weiter bergab. Zudem wird die Schuld umgedreht. Nicht der Narzisst hat einen Fehler gemacht. Du warst das. Du denkst die ersten Male, Du bist im falschen Film und verteidigst Dich und erklärst Dich. Aber nach einigen Jahren, glaube mir, bist Du müde und K.O. Dann willst Du nur noch Deine Ruhe und das benutzt der Narzisst, um Dich weiter zu überrollen. Sie fallen ja nicht so richtig durch übertriebene Rücksicht auf. Du wirst gegersleidet mit Sätzen wie Das habe ich nie gesagt. Du bist aber auch immer so schwierig. Immer machst Du Probleme. Ich weiß gar nicht, was Du meinst. Ich glaube, Du bist etwas durcheinander. Und so weiter und so fort. Bis er irgendwann die volle Kontrolle über Dich hat, weil Du so zermürbt und fertig bist, dass der Terror Deine innere Substanz wie weg erodiert hat. Dieser Mensch hat es geschafft, dass Du an Dir zweifelst. Das genau wollte er, dass Du wirklich nicht mehr weißt, was die Wahrheit ist. Und das Schlimmste ist, wenn er Dich da hat, sitzt Du so dermaßen in der Falle, dass sein eigentliches Spiel erst anfängt. Wie gesagt, Narzissen bekommen nie genug. Und wenn Du ausgeliefert bist, weil er Dich vielleicht auch schon isoliert hat, kannst Du jetzt erwarten, dass die Psychospiele auf das nächste Level gehen. Du bist jetzt nur noch ein Schatten Deiner selbst, kannst vielleicht gar nicht mehr richtig schlafen, weil Du vor Kummer halb wahnsinnig wirst. Doch merkwürdigerweise scheint es unserem Narzissen gar nicht so schlecht zu gehen. Er schläft gut und hat richtig rosige Bäckchen am Morgen. Verantwortung zu übernehmen ist ja nicht so richtig die Stärke des Narzissen. Um es genauer zu sagen, Verantwortung, nein, danke, sagt der Narzisst. Respekt vor anderen Menschen oder Gott bewahre vor Dir, musst Du leider völlig knicken. Wenn Du einen Narzissen auf seine Worte festnageln willst, windet er sich und wird alles tun, um sich der Verantwortung zu entziehen. Für normal denkende Menschen ist das ein wirklich sehr merkwürdiges Verhalten. Aber der Narzisst will einfach nur lügend, tricksend, täuschend, gersleitend und blendend durch die Welt gehen und seinen Größenwahn leben. Und dabei wollen sie sich als hilfsbereit, zuvorkommend, freundlich, ehrlich, liebevoll, großzügig, hingebungsvoll und fürsorglich verkaufen. Und sollte Dir irgendwann einmal der Hut hochgehen und Deine Toleranz erschöpft sein und sein Gersliding nicht mehr funktionieren, dann wird er, und mir geht jedes Mal der Puls, wenn ich es ausspreche, die Schuld umkehren. Alles ist Deine Schuld. Weil Du so fusselig bist, so vergesslich und so durcheinander bist, musste er ja fremdgehen. Es ist alles Deine Schuld. Nebenbei bemerkt, hat er Deine Vergesslichkeit und Fusseligkeit über eine lange Zeitstrecke her beigeführt. Aber er hat das alles natürlich gar nicht auf dem Schirm. Du hättest Dich auch etwas mehr bemühen können, sagt der Narzisst. Jetzt bist Du mittlerweile so gar, dass Du körperlich und emotional von diesem Menschen abhängig bist. Deine ganzen Hormone und Botenstoffe werden in einer Weise ausgeschüttet, dass Du Dich in einer Sucht, Abhängigkeit, vom Narzissen befindest. Man nennt das Trauma-Bonding. Deshalb ist es durchaus möglich, dass Du diesen ganzen Bullshit auch noch glaubst. Es ist ja nicht von heute auf morgen so gekommen. Es war ein langer, schleichender Prozess. Du kannst einen Narzissen auch nicht mit seinen vermeintlichen Fehlern oder Unzulänglichkeiten konfrontieren. Sie wollen davon nichts hören. Was Du darfst, ist, sie anhimmeln, sie loben, sie bewundern, sie verehren, sie vergöttern und Dich ihnen zu Füßen werfen. Das ist ihnen gerade recht. Denn ihr eigentliches Inneres ist so schwach und verletzlich. Ein Narzisst hält sich für einen Versager und diese Meinung über sich möchte er permanent abwehren, indem er nach außen sein Größen selbst vorzeigt. Und Du sollst ihm das bitte bestätigen und nicht hinter seine mit viel Mühe aufgebaute Fassade blicken. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Narzisst eine Art Heiliger oder Superheld, dem niemand das Wasser reichen kann und das sollen wir ihm bitte 24-7 rückmelden. Oder er ist ein ganz, ganz armes Opfer, dass er immer so viel Böses und Schlimmes aushalten muss. Das, was wir vom Narzissten sehen, diese ganze Lüge, ist ein großes Pappmaché-Gebäude, hinter dem sich nur eins verbirgt. Heiße Luft. Ich freue mich sehr, Dich beim nächsten Video von Narc Extreme wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss! Schlimm-Gesüttchen 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 Schlimm-Gesüttchen